recht herzlich willkommen zur 75 folge von stelares ja wir sind hier im system was war hier geguckt hatten wir zuletzt hier diese demis prime rauer und das war raumhafen das ist die flotte die haben 29 wir haben natürlich nicht so viel das hat man glaube auch schon gesehen und das bedeutet da sind wir dann unterlegen sind die schon unterwegs nach da drüben ja die sind schon unterwegs nach da drüben erstmal weiter laufen ist nun die frage sind die noch welche flotte bräune ich wollte hier reingucken noch einbauen machen wir auch noch ob wir die truppen jetzt da zusammenziehen schaffen und dann irgendwie sehen dass da ja was soll man sagen fliegen wir mal dahin und ja diese übermacht war hier oben irgendwo die frage ob wir irgendwo noch wo hingehen ist eigentlich egal weil da kannst du nur korvette bauen handelsangebot bieten uns 412 und wir sollen hier monatlich ein erz liefern naja das ist ja wohl nix die können darunter fliegen dann da haben wir das nicht angestoßen oder nicht ok jetzt bauen wir die das eigenrate hier doch hier war da ist es jetzt erst alles klar also auch daheim und die fliegen anders auch interessant das ist eine befreundete truppe oder was ne konstruktionsschiff ja und hier was ist das für eine einheit eine flotte kommt aber nicht ah forschungsschiff alles klar oder fehlt uns dann der forscher der es da erforschen darf ne oder kann da ist er dann zu schwach für genau wie ist das da fehlen uns die punkte das gibt einen anführer drauf auch interessant die sind alle am leiten ja was machen wir hiermit dann können wir noch einen holen fachwissen informatik 38 und darunter haben wir noch ein 36er verticke neue welten bio dann werden wir doch den den sitzen wir aufs forschungsschiff na aber ist auch nicht so prickelnd herkunden erforschen machte das jetzt ja aber was flotte verbessern klingt ja zum nächsten raum haben ok ob die jetzt wirklich verbessert ist das eine andere sache ne ich glaube eher nicht da sind schon schiffe unterwegs da ist das eine noch rausgekommen das können wir dann auch mal hier entschicken da ist jetzt noch das das kommt auch bald an dann und in dem system sind dann zwei schiffe die auch zusammen kommen können zwei sieben sind es dann immer noch ok was haben wir hier flotte verbessert ja ja physikforschung ausgelaufen ne kleine tarak schildgenerator neue komponenten weil ja punkt verteidigung und hyper raum sensoren tja ich glaube wir machen das zur verteidigung des volkes gut karte wo ist das schiff da noch eine runde weiter noch da dann ist es da der ist auch noch unterwegs ok in die termacht transportflotte einer forschungsstation herkostation die koptimist leute 37 35 da brauchen wir auch nicht mehr drüber nachdenken ja das wird dann auch nichts werden so schnell kriegen wir die gar nicht nachgebohrt wie die anderen das aufrüsten auch ne 127 ist zwar einiges was danach kommt an punkten aber so viel dann doch nicht da kommt noch einer nach irgendwann sind die dann auch da nehme ich jetzt gleich ja die können auch zusammenkommen mal gerade ins system ja 42 und 42 müsste 28 ergeben klappt das jetzt nicht dass sie eine einheit werden steht wieder keiner ne dauert ewig bis die da zusammenkommen du glaubst es nicht oder jetzt aber oder jetzt doch war ok ok so 28 gut ein schiff ist fertig wenn sie irgendwo schon wieder angekommen worden wahrscheinlich schiffe in der nähe das muss mir was mal ok da fokus ne das ist alles hier dann anführer neue stufe erreicht vier sterne super ja die sind jetzt alle hier was machen die hier transporter transporter und zweimal taskforce was haben die vor ok die greifen jetzt an oder was sind aber ganz schön viel böse ne 28 14 keine ahnung was auch mal kann man gar nicht lesen so viele sind das und dann wird jetzt hier wahrscheinlich die militär macht kaputt gemacht ja das war's dann schön wie will der sender tundra welt die fliegen da jetzt alle hin und da wurde schon angegriffen schon kaputt war paar schuss und da war es erledigt ja das sieht nicht gut aus flotte entdeckt brauchen wir gar nicht gucken die kampfstatistik ist auch über das ist da oben ok die fliegen da runter da kommt nix nach gerade strike force griffin ja kalter kaffee ist das mehr ist das nicht dann wird noch verstärkt flotte entdeckt ja die flotte kenne ich aber schon lange die sind jetzt noch dazu gestoßen wahrscheinlich ne und das ist dann noch eine größere macht so träume die 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 der die okay Invasion vorbei Zack, zack, sind sie drauf Alles geplättet wahrscheinlich, ne? Ja, da, Planet ist besetzt DS-Boros-Star Das wird wohl überall passieren jetzt Fliegen wir mal da hin oder? Ja, bisschen was gucken Unabhängigkeit garantiert, super Und wann kommen die dann da an? Gar nicht, wa? Oh doch, jetzt Da ist unsere Flotte 3000 Jetzt klingen wir die da mal an Passiert da was? Ja Wollen wir mal hier Die Bergbaustation mal gucken Zielangreiber Zielangreiber Ich weiß, hier kleinen Schipflein, ha? Hm, jetzt schaffen die noch nicht mal Was machen die da? Toller Formationsflug, ha? Hä? Was wird das? Flutze auftragen Schaffen die nicht, ne? Angreifen oder so? Schaffen die nicht, ne? Angreifen oder so? Achso, jetzt da und dann da und dann geht's oder? Nee Ich verstehe es nicht, da sollen wir noch nicht verstanden, was da passieren muss, damit das klappt Und GX Kann man nicht angreifen oder was? Was wird das? Das ist eine Flotte jetzt Da und dann da Zielangreiber Sind wir mit denen nicht verfeindet oder was? Ach, da sind andere wahrscheinlich, ne? Deswegen geht das nicht Ah, falsche Falsche Dinge sind ausgewählt wahrscheinlich Die da? Jo, die sind das, alles klar Läuft, ne? Sinking green Ne, striving green Nicht sinking green Ja, dann Ist ja kein Wunder, dass es nicht klappt, ne? Das Konstruktionsschiff, alles gut Ich bin jetzt auch mal beschleunigt Ne, das war schlecht So Jetzt mal da hoch, bitte Hauen wir gerade das Friedensangebot hier Vertragsstaat erstellen Okay Interessant Auch nicht wichtig Und das ist jetzt Rivalität, okay Auch vergessen Weiter geht's hier, da kommen sie So, jetzt hier in Brechzel Mal gucken, was wir da machen können Ob wir da was machen können, ist die nächste Frage Scheine nix, ne? Oh, doch Ist das unsere Leute jetzt hier, oder was? Ich glaube ja Ach, die haben da 6700, alles klar Wahrscheinlich können unsere noch nicht mal schießen, ne? Oh, da aus, was für eine Reichweite Oh, passiert hier was? Was passiert hier? Das ist ne Festung, krass Das unsere Leute jetzt schießen, oder nicht? Jetzt schießen da wäre ich auf jeden Fall Das ist Keine Bewegung drin, ne? Fluttenkampf Was macht der zum Beispiel hier? Der fährt nur rum, oder so? Die schießen hier, oder? Werden die getroffen Hast du auch noch nicht verstanden, ne? Hammer Da wird was abgewehrt, oder was? Paketen sind das Die da kommen Was ist das hier 2,9? Hä? Das ist ja irgendwie rülkig, ne? Okay, da geht auf jeden Fall was runter Bei der Festung Panzerung 96 Bei der Festung In 10 Tagen kommt die Selbstreparatur Interessant Und jetzt nur noch plus 6 Feuerrate plus 20 Wow Das ist ja nicht wirklich was, was hier passiert, ne? 44 Weil das hier Angreifer rumpfpunkte, äh Angreifer rumpfpunkten, oder? Tja Tja Sieht schon krass aus, aber mehr auch nicht, ne? Der wird hier massiv angegangen, hier Der ist ja wohl's genau auch schon weg, ne? Der ist ja wohl's genau auch schon weg, ne? Dann war er das, oder? Der ist jetzt hin. Und der. Tja. 43.000, machen wir schneller, damit es vorangeht, oder? Aussehen tut es ja interessant, aber mehr auch nicht. 5.600 und 6.500, das ist jetzt auch nicht so der Erfolg, ne? Ist wahrscheinlich noch ein Aeron of Lut angekommen, oder? Okay, nicht richtig. Gähigkeit 4. Luttenkampf hier wieder hin, zack. 5.2 von 6.5 von da. Und wenn wir nur 1.4, oder? Dann sind wir auch so dusselig und gehen dazwischen, anstatt nur auf der Nordseite zu bleiben, oder so, ne? Aber das ist auch... Wir sind halt zu mickrig, ne? Wollt sehen wir nicht. Kannst du noch genau sehen. Kinetik-Werven-Schaden und so. Lutte entdeckt. Wahrscheinlich sogar hier im Sektor Sozialforschung. Das ist jetzt... Oh. Ja, 479, da ist kein Kratzer dran, also ungefähr. Naja. Dann haben wir sie versenkt gleich. Das war's. Einführer verstorben. Gut. Flottenkampf-Statistik. Ja. Eine Brumloch-Station. Eine weg, oder was? Sonst nix. Ja, mageres Ding, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, das war's auch für das. Das ganze Spiel, äh, das ist, denke ich mal, nicht so der Bringer, noch hier weiterzumachen. Wir sind total unterlegen, wie wir immer wieder merken. Und ich denke mal, das soll die 75 gewesen sein. Und das nicht nur für diese Runde, sondern insgesamt gesehen ist es das. Ich glaube nicht, dass es noch Sinn macht, da weiter zu spielen. Okay. Dann würde ich erst mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, schaut in einem anderen Projekt vorbei. Und jo, bis dahin. Tschüß! Tschüß!